Hallo zusammen, ich bin Marco Müller und ich konnte letztes Jahr dreimal 9a klettern. Ja, mein Training ist etwas unkonventionell, da ich sehr viel zu Hause trainiere und an ganz einfachen Mitteln. Und genau das zeige ich euch. Ja, heute machen wir mein Fingertraining, das ich aktuell etwa dreimal in der Woche mache. Das Training besteht aus sechs Sets, wo wir jeweils Half Crimp oder Open Hand hängen, jeweils immer für zehn Sekunden hängen, fünf Sekunden Pause, das fünfmal. Sehr wichtig ist, dass man gut eingewertet ist, bevor man mit dem Training startet. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich mache dieses Training jeweils zu Beginn des Jahres, für etwa acht Wochen lang. Das ist jetzt eigentlich die perfekte Gelegenheit, da alle Hallen zu haben. Die ist schön seriös zu machen, zu Hause geht es perfekt. Danach wechsle ich auf Maximalkraft und nach der Maximalkraft bin ich dann perfekt vorbereitet für das Outdoor-Klettern oder Outdoor-Buldern. Ich achte mich auch schön darauf, dass ich die Hangs nicht so in der gestreckten Schulter mache, sondern die Schulter immer schön anspanne, den Rumpf anspanne, nicht so ins hohe Kreuz fallen lasse, sodass es etwa so aussieht. Auch hier schaue ich, dass ich die Schulter immer schön angespannt habe und auch, dass ich nicht in den Ecken des Hangboards hänge, sondern immer schön in der Mitte, dass man nicht so Gewicht abnehmen kann. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. So, wir sind schon in der nächsten Pause. Das nächste Set wäre wieder im Half-Crimp. Ich achte mich noch speziell darauf, dass ich nicht in der Ecke des Handboards hange, sondern möglichst in der Mitte, sodass ich auf der Seite nicht zu viel Gewicht wegnehme. Auch, dass ich den Daumen nicht brauche. Ich mache diese Übungen jeweils an der 20mm Leiste. Wenn es zu einfach wird, dann hänge ich einfach mehr Gewicht daran. Ich bleibe aber an dieser Leiste, da es bei kleineren Leisten immer mehr reibungsabhängig wird. Und auch mehr auf die Haut ankommt und auch schmerzhafter ist. Deshalb nehme ich lieber ein bisschen mehr Gewicht, aber dafür an der grösseren Leiste. Bis zum nächsten Mal. 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 So, jetzt sind wir schon in der Hälfte des Trainings, als nächstes kommen wieder die Open-Hand-Hangs. So, jetzt sind wir schon in der Hälfte des Trainings. So, jetzt sind wir schon in der Hälfte des Trainings. So, jetzt sind wir schon in der Hälfte des Trainings. So, jetzt sind wir schon in der Hälfte des Trainings. Ich mache jetzt noch zwei weitere Sätze. Danach ist das Fingertraining für mich beendet. Ja, ihr könnt selber entscheiden, wie viele Wiederholungen ihr noch macht. Ja.